Ich bin nicht bemüht, ich warte auf andere Spiele und ich sehe irgend so ein Stimm. Stehst bei mir auch noch drin. Hast komischen Hals. Siehst aus wie... Alter, was ist das für ein Hals? Alter, lass meinen Hals in Ruhe. Was ist denn jetzt los? Gesunder. Oh. Hä? Hä? Ich habe wieder einen Ladescreen. Ich auch. Köter? Wo? Da vorne. Wie markiert man? Mit der Maustaste. Ah. Ja, dann würde ich sagen, lass mir die Köter in Ruhe, oder? Hm. Alter, was machst du denn? Ich kann mir eine Spritze geben. Eine Kifftspritze. Ich weiß nicht, eine Anti-Gift-Spritze, oder? Verkiftest du dir selber. Oh, da hinten kommen Jäger. Komm mit rüber, komm mit. Wo ist die Spritze? Wo ist die Spritze? Da. Nein. Die beiden. Oh. Hey, du hast eine Spritflin. Du kannst nicht auf die Entfernung schießen, Alter. Ach, ich habe eine Spritze. Ja. Ah. Wo heißt denn das? Hast du gehört? Ich höre. Die Köter kommen. Sehr gut. Danke. Äh, ich schaue die. Komm, lass mal wieder weg. Komm weg. Komm weg. Ich muss mich erst mal heilen. Wo bist du hin? Ah. Hier, hinter dir. Ich bin dahinter gerannt. Jetzt siehst du mich in den Büsch. Da. Warte, warte, warte. Aua. Aua. Äh, heilen. Oh, hast du einen? Hm? Ich habe es schreien hören. Ich heile mich gerade. Oh. Medipack, oder? Oder die Spritze? Medipack. Wie oft? Also, mir fehlen jetzt noch zwei kleine Balken. Zweimal. Ah ja, habe ich. Ah, hier habe ich einen Schruf hinter. Hielt er den wieder auf? Oh, nein. Hat er einen Hit? Wo ist er denn? Ah, da. Hey, hä? Hast du eine Chance? Nee, ich weiß nicht. Oh. Von da, irgendwo. Die Leichen. Warum ist mein Team so schnell? Aber okay. Muss ich ein bisschen höher zielen? Nee, eigentlich nicht. Okay, weil in K-Flu... Äh, nee, in... CSGO ist das ja auch so, dass man ein bisschen... Äh, drunter ziehen muss, oder so. Na, hier nicht. Ja, second Pull the Drop. Hier war einer mit einer Schrotflinte. Oh. Oh. Von hinten. Ich glaube, im Turm. Ich weiß es nicht. Ich habe da kurz was... Doch, im Turm, im Turm. Ja? Ja, ja, im Turm. Da oben. Da hat gerade einer geklotzt. Hä? Nein, von links, Alter. Hat mich einer erschossen. Fuck. Warum habe ich schon eine Kugel verloren? Die... Keine Ahnung. Das ist immer hier so. Muss dann nachladen jetzt. Das ist die, die... Die schon im Lauf steckt. Sozusagen der Kammer. Äh, ist das... Gibt es einen Unterschied zwischen... Diesen Messern, die man wirft und die man... Äh, also gibt es einen Unterschied zwischen den Messern, die man wirft und die man... Halt einfach nur in der Hand hat? Ja. Aua. Die Messer, die du wirfst, kannst du werfen. Ja, aber sind die genauso stark? Ja. Okay, weil ich habe die gerade... Na gut, und die musst du wieder aufheben. Ja, ja, scheiß, aber... Ich meine, im Nahkampf. Mann, scheiße, wo laufe ich denn lang? Junge, ich habe schon eine Weile nicht mal gespielt. Du hast mich gemästert gehabt, ne? Echt? Ja, ja, aber ich habe mich geheilt. Scheiße. Soll nicht viel starten. Ne, ne, ich meine, ich habe mich automatisch... Ah, okay, gut. Ich locke einen Fetten weg. Du, du kümmerst dich um. Ja. Na? Oh, ach, komm. Oh, ach, komm. Oh, ach, komm. Er ist hinter dir her, Alter. Lauf, lauf. Ich dachte erst, du wärst hinter dem Fetten. Na? Ist er hinter mir immer noch? Ne, wenn du nicht mal trampeln hörst. Brauchst du ein Medikid? Okay. Kannst du schon mal an dem Spalken verlieren oder so. Ich habe gerade jemanden irgendwie so streien hier und so. Keine Ahnung, irgendwie da, wo der Fleischer war aus der Richtung. Aber ich kann die Richtung nicht zuweisen im Game, glaube ich. Aber ich habe auf jeden Fall gerade jemanden so stöhnen hören. Ach so. Ja, wo, die weiblichen Zombies, die machen ja auch solche Geräusche, oder? Okay. Ja, vielleicht war es einer von denen. Mal kurz auf den Lappen. Ich hatte die Zunge, äh, die Hunde. Die Zungen. Kann man sich hinlegen? Nee. Das kommt ja kein weiter. Die Zungen. Doch, ich habe schon wieder jemanden gehört. Wo? Jetzt ein Mann. Hinter uns in dem Haus, da irgendwo oben. Oh ja. Auf jeden Fall irgendwo hinter der Mauer. Ich habe einen erschossen. Ey, die Hunde, komm! Dauer. Ich halte kurz die Blutung auf. Ey, wie gute Ohren ich habe, oder? Oh, du hast Schaden, komm. Oh! Oh! Nein! Mach sie kalt. Ich halte mich gerade auf. Guten Morgen! Alter, bist du wahnsinnig. Mein Sonnenschein. Lauf, Dynamit! Guten Morgen, mein Sonnenschein. Komm zurück, wo wir herkommen sind. Ja, ich bin direkt hinter dir. Okay. Guten Morgen, mein Sonnenschein. Das geht ja viel schneller als in der Apex. Warum sollte ich dich nicht wieder beleben? Ich mache meinen, da muss ich die Tür zu. Ich habe ein bisschen Angst. Hä, war doch voll gut von mir, oder? Ja. Guten Morgen, mein Sonnenschein. Richtig behindert. Da oben ist jemand drinne. Ich bin tot. Ja, das war die, die ich schon erschossen hatte. Und auch schön geschossen, meiner. Hä, nee, die war da oben in der Kirche drinne. Achso. Die hatte ich schon erschossen. Also, die war schon mal tot. Die wurde aufgehoben. Warte. Digga, das Feuer brennt auch unendlich, oder? Scheiß Enten, Alter. Ich hasse dieses Getier. Ja, also bei dem Feuer kann ich nicht hoch. Das geht irgendwie nicht aus. Na, fünf Minuten. Boah, fünf Minuten, weiß ich da jetzt nicht. Nee. Dann komme ich jetzt hoch, wo du bist. Ich will den Fetten, glaube ich, rumzupfen. Warte, pass auf, du. Nicht an der Tür stehen, Alter, wenn die von oben runterschießt. Ich wollte hier raus. Denn sie Mauer. Oh, da ist ein Pferd. Wollte mir nicht stürmen. Ey, die haben eine Kasse geklaut. Ich hab's gehört. Alter, sind die fett. Was machen die denn? Soll ich auch Dynamit werfen? Einer ist tot, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Oder verletzt zumindest. Ey, der ist nass hier für eine krasse Kirche. Scheiße, die hat mich erschrocken. Ach, ich bin ja One-Shot. Leck mich doch. Ich wollte sie abstechen. Ey, wo bist du hoch? Na hinten an der Leiter. Warte, die ist oben. Die heilt sich. Steht die da, ja? Ich kann ja Dynamit hochwerfen. Da, da, da. Warte. Kann man ja gegen Holz schießen. Ja, nicht mit den Kleinen. Du brauchst schon dein Wetterli. Lauf raus, lauf raus. Achso, ich brenne. Soll ich da links hochwerfen, Dynamit? Geh da die Leiter hoch. Nimm deine Wetter... Achso, die haben abgesperrt. Scheiße. Du kannst außen hochklettern. Ja, du läufst aber rein. Zurück. Hä? Rechts. Jetzt hier, links, hoch. Oh, oh. Die hat ja einen Partner aufgehoben. Gebrennt. Oh! Ich bin erschrocken. Ich bin sogar runtergefallen auf meine Leiche. Die hat meine Leiche komplett über den Zaun geworfen. Was habe ich da euch erzählen gehört? Ich habe euch was gehört. Ja, man kann reden. Ich habe auch eine Nachricht unten gesehen. Achso, ich will das aber nicht. Man hätte ja sagen können, du töte mich nicht. Ich bin Anfänger. Wieso habe ich das gehört? Was du da... Wieso habe ich das von dir gehört? Nein, ich habe es nicht... Ich habe es nicht gesprochen. Die haben gesprochen. Aber ich habe das doch ausgestellt, den Scheiß. Hier hustet irgendwer. Die da. Hm. Die alte. Das ist das nächste. Ja. Wozu haben wir eigentlich das Leuchtfeuer? Um... Die Flares? Ja, um die Hexen wegzubrennen oder was? Naja, eigentlich die Gepanzerten. Ah. Ja, genau. Das meine ich ja. Habe ich ja gesagt. Die Gepanzerten. Habe ich gesagt. So, ich sollte vielleicht mit meinem Messer eine Hand trennen. Ich wundere, dass die ganze Zeit da jemand hustet, weißt du? Hm. Hier ist noch eins drin. Ey, hier ist der Boss. Scheiße. Ja. Ui. Ich brauche eine Axt. Ja. So, ich mache einen Tuch. Ach, kriege ich schon an? Ja. Alleine? Ja. Okay. Ja, wenn du meinst. Machst ja schon ordentlich Schaden. Sollte ich dann nicht irgendwie... Mich irgendwie... ...in deine Deckung stellen oder sowas? Du kannst dich auch immer verstecken. Ja, das ist eklig, Alter. So, er ist tot. Hast du noch mal geguckt? Hä? Hast du noch mal geguckt? Ja, mal ein bisschen so. Jetzt komm rein. Nimm deine Schrotflinder. Ja, ich habe mich nur ein bisschen geduckt, weil ich auf Glas gelaufen bin. Okay. Kann man die Türen blockieren? Was? Ja, mit Fallen. Kann man die Türen blockieren? Wenn du eine Fall hast, kannst du eine Falle... Nee, ich meine, wenn ich mich da vorstelle. Nee. Oh, da kommen welche? Wie merkst du das? Weil ich Steps gehört habe. Ich schleiche aber auch hier rum. Ah, nee! Ich habe einen gesehen! Schreibe mal nicht so ins Mikro, das ist überschleicht. Aber steuert komplett. Sorry, hab ich erschrocken. Okay. Ich habe einen gesehen, die sind draußen an seinem Tor gewesen. Oh. Oh. Ich schlau. Is dich denn so? Hi. Du bist so. Ich schlau. Ich schlau. Ich schlau. Ich schlau. Ich fackel den mal ab. Achso, komm mal her, nochmal looten. Da kannst du dich draufstellen und E drücken, also oder die Taste, die bei dir angezeigt wird und dann kannst du das Zeug abholen. Geld oder sowas. So, jetzt hier weg. Ich fackel den an. Ich stehe natürlich selber drin, ich Idiot. Fuck. Der Dings ist fertig, ne? Rutzscheißer. Der Schlitzer. Achso. Der ist am Fenster hier. Okay. Ich habe mich so erschrocken, Digga. Nein, ich bin fuck one shot, Alter. Das sind glaube ich neue oder so. Ach, das hat so gezischt. Dynamit. Ah, okay. Ich bin tot übrigens. Ich habe mich mit Dynamit weggesprengt. Ich habe es nicht gemerkt. Ich glaube, das sind zwei neue, ne? Ja. Er weiß. Ah, nee. Ich gucke dir ja zu. Ui. Ah, danke. Oh, weg, weg. Hä? Oh mein Gott, ich war so weit weg und die hat mich trotzdem getroffen. Wieso wurde ich getroffen? Ey, weißt du, wie weg ich, weil ich weg von dem C4 war? Ja, es sind zwei. Ich habe mich so erschrocken, wo die am Fenster stand, ne? Ich glaube, die kommen da jetzt runter. Ach, fickt doch die Henne, Alter. Weil ich in diesem Scheißfeuer stand. Jetzt muss man mal irgendwie mal hier lebendig rauskommen. Da heißt, ich muss den Tab und Shift gleichzeitig drücken, anscheinend. Mhm. Da heißt, Immolator. Okay. Ja, ich weiß schon wieder den Boss, Alter. Scheiße. Heiz ob. Schon wieder dieser Achtfurt. Mit dem Meuchler. Hier ist eine Axt. Wo? Ich habe sie in der Hand. Komm, nein. Komm hinten raus. Ich springe ja drüber, ja. Komm rein, komm rein. Nee, schlag du doch den Meuchler. Okay, ich versuch's. Und? Ja, rechte Maustaste zum Ausholen. Und wenn der, kannst du hinlaufen, wenn er dann da ist, schlägst du zu. Rechte Maustaste zum Ausholen. Ja. Hallo. Eine Mistgabe. Alter, wie groß wird der? Wird der immer größer, oder was? Ah, Käfer bei einer Maul. Ey. Ey, ist eh krass, Alter. Geh mal weg. Hier ist eine Kasse drüben, die kann man nachher holen. Macht ja so gut wie gar keinen Schaden. Auch keine Axt, Alter. Ich kotze. Ich will mal kurz... Alter, bist du verrückt? Ich dachte, ich wäre aus dem Raum rausgegangen. Vor allem kam der mir hinterher. Mann. Die ganze Bude gehört ihm. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das... Warte, ich heb die Axt auf. So, jetzt bin ich aus dem Haus raus. Aua. Jetzt kommen wir da rein. Machst du zu, oder? Ich wollte zu dieser Heilung halt, ne? Hm. Der kommt ja. So, jetzt kriegst du dein Leben wieder. Ah, ja. Geh vom Fenster weg. Ich das... Achso. Komm mit, hier ist noch eine Kasse. Eine Kasse? Alter. Kann ich nur einen einsammeln? Ne, ich hab schon. Achso. Es sah so aus, als hätte ich das hier nicht... Oh. Sag ich doch, hier sind welche. Ey, Alter, was machst du denn, du? Was schleichst du da an der offenen Tür rum? Ich war nicht an der Tür. Beim Fenster. Dass es doch mal ein Schiet ist. Ja, da hab ich auch rausgeguckt und auf einmal... Ah, ne, das ist die Tür. Ja, ist doch gut, Jungs. Idioten. Warum schießt ihr auf meine Leiche? Sehr gut. Mach das Ding davor. Die kommen hier nicht mehr rein. Ah. Da. Oh Gott. Warte, du musst dich dann gleich hinhocken. Oder weglaufen. Ey, du sollst weglaufen. Hoch. Warte, hier stehe ich. Ja. Bleibt ihr auf der Treppe unten, Hoppe. Ich hab ein bisschen Angst wegen dem Fenster, weil ich... bin ja nicht davor. Ich krieg bestimmt random gleich wieder so ein Headshot ab. Und dann sagst du, warum stehst du am Fenster? Oh. Was macht denn der? Alter, ich glaub, so hast du jemanden umgebracht. Mist. Bleib du in Deckung. Warte, ich spring mal hinten raus. Werf gleich einfach mein Dynamit mit rum. Für euch. Ah, die hat mir ja vielleicht... Äh. Oh. Jetzt sind die Tränen. Ey, hier ist jemand drinne. Zumindest hat jemand die Tür geöffnet. Ich hab hier schon zwei Hits gegeben. Ich hab einen abgestochen. Hier ist noch einer. Gleich drinnen, Alter. Ich hab dir zwei Hits gegeben. Der die... Mit der du dich geprüggelt hast. Okay. Ich hab keine Munition mehr für die Waffe. Wo ist denn der hin? Der stand auch fast noch hier. Ja. Alter, was hat der denn gemacht? Selbstmord. Einmal erwischt, weil ich... Ich dachte erst... Du warst tot. Okay. Ich dachte, ich hab ihn Hitschert gegeben, aber doch nicht. Aber ich hab beide angehitet. Sehr gut. Wenigstens was. Ey, aber meine Pistole ist übelst geil, wie schnell sie schießt. Äh. Warum, der war random drinne steht? Ich juckt ihn gar nicht. Ja, ich hab Kiftspritzer. Ja. Ah, stimmt, du hast ja das Gegengift. Mhm. Ah, ich hab ihn durchs Fenster hier gesnipet. Sehr gut. Ich hab's gehört. Der hat mich nicht sehen können, weil ich hinterm Tuch stand. Ich hab gar kein Tuch bei mir gesehen. Aha. Weißt du, stand da hinter dem... Ah, nee, das ist kein Tuch. Das ist weiter hinten. Keine Ahnung, das andere Fenster ist so schwarz und das andere ist so hell. So, da kommt ein bisschen weiter. Nach da? Ja. Dann los. Verstehe. Sehr gut. Mhm. Mhm. Bei mir ist die Grafik so gut. Alter, dieser Baum ist einfach wunderschön. Okay. Das ist ironisch gemeint. Was? Das ist nicht gerade im Nahkampf umgebracht? Ja, klar. Komm. Ich dachte, er explodiert. Ja, wenn du draufschießt oder abstichst. Ja, und was hast du gemacht? Ich hab ihn mit dem Schlagring zusammengehauen. Ich frag mich, was die Gegner so machen. Die werden uns bestimmt am Ausgang abcampen wollen. Das kann sein. Kann es über... Ist es immer noch so, dass man auf Dreierteams treffen kann? Wenn du Dreierteams angestellt hast? Ja. Ja, aber war es nicht mal so, dass man zu zweit auch gegen Dreierteams kämpfen konnte? Ja, kannst du, wenn es angestellt ist? Ich dachte mal... Aber war es nicht eine Zeit lang so, dass man das nicht einstellen konnte? Nein. Okay, ich dachte... Ja, ich hab wieder mal eine Munition für die Waffe. Wie heißt die eigentlich? Scheiße. Das ist ein Wasserteufel. Wollt's gerade durch den Wasserteufel durchlaufen? Hier ist ein Köter. Oh, nee. Oh. Boah, ich hab grad schon meinen Schlag aufgeladen gehabt, weil ich Angst hatte. Oh, da machen welche die Spinnen. Oh, wir waren daneben, Alter. Naja, jetzt sind wir fast raus. Oh. Loll. Na komm, wir gehen mal raus, dass du auch mal rauskommst. Ich glaub, bei dir sieht das Spiel halt tausendmal besser aus, ne? Oh ja, da vorne sind welche. Oh. Oh, ich hab ihn getetet. Cool. Ich weiß nicht, ob's ein Headshot war oder nicht. Hör ich das dann von hier hinten so, oder wie? Wenn's ein Headshot war, wär auch glaub ich tot gewesen. Aber hätte ich das von hier gehört? Ja. Er ist da hinter so'n Baum. Oh, jetzt hab ich den Baum verloren. Ah, da. Hab ich gehittet? Er hat mich aber auch getroffen. Mann, wieso kann ich nicht durch den scheiß Baum schießen, Alter? Oh, oh mein Gott. Ich möchte mich erschrocken. Hier kommt grad der eigene Typ angerannt. Nein! Och Mann! Wieso war'n das so beschissen? Verschwommen, Alter! Leck mich doch am Arsch. Ja, warte. Sehr schön. Jetzt kannst du mir aufheben. Hab ihn. Sehr gut. War es nur einer? Hä? Ich glaube ja. Ich hab nur einen gesehen. Ich glaub auch. Das war der eine noch aus der letzten Runde. Wo die anderen zwei kamen. Kannst du ja nochmal Sicht machen? Ja, scheint allein gewesen zu sein. Okay, dann kann man looten. Hm, ein bisschen traurig. Baumes Leben. Hauptsache, wie er da auch stand. Ja. Ich hab mich... Hinter so'n Baum, Digga. Ich hab ihn die ganze Zeit durch den Baum abgeknallt. Also ich hab erst die ganze Zeit geschossen, wenn er daneben stand. Oder auf seine Arme. Weil du gesagt hast, dass man den nicht durch den Baum schießen kann. Und mein letzter Schuss durch den Baum durch. Nee, nicht mit kleiner Munition kannst du nicht. Naja, von der Wetterli kannst du schon. Deswegen hab ich vorhin gesagt, dass du Wetterli zum Durchschießen nehmen. Und nicht deine Pistole. Aber hast du nicht... Aber hast du mit der Pistole auf den geschossen, oder was? Nee. Weil du hast ja gesagt, du kannst nicht. Naja, weil ich... ...kleine Munition hab in dieser Waffe, die ich hab. Ah, und ich hab größere? Ja. Okay. Noch einmal in die Luft schießen, volle Magazin. In der letzten Sekunde. Noch. In der letzte Sekunde. Ja, das war volles Magazin. Bam, bam, bam. Die ist ja ultra cool, dass die so schnell schießt. Mhm. Schön. Du hast uns den ran gerettet jetzt noch. Ja. Aber du hast ihn ja auch locker einmal getroffen. Ja, aber nicht tödlich. Ja, ich hab ihn gar nicht tödlich getroffen. Ich hab niemand jemanden tödlich getroffen. Natürlich hast du ihn ungenietet. Du hast ihn doch gerade... Ja, aber es war ja nicht tödlich. Es ist ja in die Schulter gewesen. Oder so. Ich glaube, das war ein Headshot. Durch den Baum durch? Mhm. Okay. Ich hab die ganze Zeit auf seine... Aber es hätte ja auch kein tödlicher sein können, weil ich hab die ganze Zeit in seinen Arm reingeballert. Ja, das ist nicht gut. Ich hab mich schon gewonnen, warum du so tief zielst. Sein Kopf war höher, dachte ich mir. Ey, wir haben vier Kills. Ich hab seinen Kopf nicht gesehen. Wieso haben wir eigentlich vier Kills? Ja, eben. Ich kann mich nur an drei erinnern. Ich auch. Du zwei, ich einen. Hä? Vielleicht standen die zu zweit hintereinander und ich hab sie erst durchgeballert. Das verstehe ich nicht. War ultra lustig gewesen. Also ich muss mal gucken, wie viel ich erschossen habe. Vielleicht hab ich ja einen mit... Ich hab zwei erschossen. Einer unterstützte. Und du musst auch zwei erschossen haben. Hä? Vielleicht hab ich ja wirklich zwei hintereinander abgemuchsen. Ja, nicht hintereinander. Du quatsch. Meinst du jetzt? Ich hab mal hinter den gucken müssen. Ja, nicht hintereinander. Bis zum nächsten Mal.